Starten Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie ins Internet. Geben Sie als Internetseite bitte folgende Adresse ein. www.nero.com Sie gelangen nun auf die Nero Startseite. Hier klicken Sie bitte auf Downloads. Nun scrollen Sie nach unten zu Nero Media Home und klicken dort auf Kostenlos herunterladen. Auf der nächsten Seite geben Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein. Sie können entscheiden ob Sie gerne interessante Tipps, Tricks und Sonderangebote per E-Mail erhalten möchten. Setzen Sie einfach einen Haken in das entsprechende Feld. Klicken Sie dann auf Herunterladen. Je nach Browser kann die folgende Abfrage unterschiedlich aussehen. In jedem Fall sollten Sie die Option Ausführen wählen. Nachdem der Download abgeschlossen ist, startet direkt die Installation von Nero Media Home. Zunächst werden alle benötigten Dateien auf die Festplatte extrahiert. Gegebenenfalls erscheint nun eine Sicherheitsabfrage von Ihrem Betriebssystem. Bitte stimmen Sie der Installation zu, indem Sie auf Ja klicken. Eventuell benötigen Sie hier das Administrator-Passwort. Nero überprüft nun Ihr System und installiert die erforderlichen Systemerweiterungen. Je nach System kann diese Liste variieren. Klicken Sie auf Installieren. Die Systemerweiterungen werden nun nacheinander installiert. Eventuell ist danach ein Neustart Ihres Systems erforderlich. Nach diesem Neustart wird die Installation automatisch fortgesetzt. Dazu ist unter Windows 8 eventuell ein Klick auf die Desktop-Kachel nötig. Danach beginnt die eigentliche Installation von Nero Media Home. Bitte akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf Weiter. Danach klicken Sie bitte auf Installieren. Im Folgenden werden die einzelnen Programmmodule von Nero Media Home installiert. Sie erkennen dies an den blinkenden Symbolen in Ihrer Startleiste. Während der Installation wird auch eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt. Nach der Installation öffnet sich erneut die Nero-Webseite mit besonderen Angeboten für Sie. Sie können hier gerne eine Vollversion erwerben und somit weitere Funktionen in Nero Media Home freischalten. Alternativ schließen Sie die Webseite und fahren mit der kostenlosen Version fort. Mit Doppelklick auf die Verknüpfung auf Ihrem Desktop starten Sie Nero Media Home. Nero Media Home zeigt Ihnen all Ihre Musik, Ihre Fotos und Ihre Videos sehr übersichtlich innerhalb eines einzigen Programms. Dazu durchsucht es beim ersten Start Ihre Festplatte, nachdem Sie auf Start geklickt haben. Und zeigt Ihnen eine Liste der gefundenen Ordner mit diesen Medien-Dateien an. Sie können nun einzelne Ordner abwählen, wenn Sie diese nicht in Nero Media Home angezeigt bekommen möchten, indem Sie den Haken vor dem Ordner entfernen und anschließend auf Fertigstellen klicken. Danach erstellt Nero Media Home eine Zeitleiste mit allen Fotos und Videos inklusive Vorschau-Bildern. Diese Zeitleiste hilft Ihnen dabei die gewünschten Elemente für Ihre Diashows, Fotobücher und Musik-Abspiellisten zusammenzustellen. Nero Media Home verfügt außerdem über eine Gesichtserkennung, welche es Ihnen ganz einfach ermöglicht, Fotos anhand der darauf abgebildeten Personen zu finden. Dazu werden beim ersten Start alle Ihre Fotos nach Gesichtern durchsucht. Dieser Prozess kann etwas dauern und nimmt Ihren Computer sehr in Anspruch. Selbstverständlich können Sie den Prozess jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, indem Sie unter Gesichter indizieren auf das X neben dem grünen Balken klicken. Herzlichen Glückwunsch! Nero Media Home, Ihr kostenloser Medienmanager, ist nun für Sie einsatzbereit. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die Ihnen nun zur Verfügung stehen, erklären wir Ihnen gerne ausführlich in unseren weiteren Anleitungsvideos. Sehen Sie gerne dort nach.